Die Kirche Die Kirche Die Kirche Lass uns für heute Frieden schließen, lass uns weiße Fahnen hissen, ich würde dir doch jeden Wunsch erhören. Und es lieben Friedenzwillen, wenn wir nicht drumherum diskutieren, keine Kumpelkriege führen, höchstens eine kleine Kissenschlacht, ja, das wird doch wohl wieder eine süße Nacht. Fang schon damit an, lass dich doch nur ein bisschen gehen. Das, was ich kann, kannst du doch schon lang, du wirst uns sehen. Dann werde ich nicht mehr das Köpfchen senken, auch nicht mehr an Herrn Jesus denken. Liebe Leute, das wird weiter, nur Friede, Freude und so weiter. Friede, Freude und eine Sorte. Lassen wir die bösen Worte, lassen wir den Krach, ach, lassen wir uns gehen. Mach das, was ich mach, wird zerkriegt nach, dann wird es schön. Immer schön das Köpfchen senken, immer schön das Köpfchen senken. Und an den Herrn Jesu denken. Friede, Freude, Freude, Eierkuchen, Friede, Freude, Eierkuchen, Friede, Freude, Eierkuchen. Da muss man auch lassen, wer den Ratsack auf den ausmacht hat. Gut. 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 Gut.